hallo und herzlich willkommen hier ist balo mit einem kleinen video balos ui thema loggerhead ich wette es gibt auch andere addons die genau dasselbe machen und richtig viel spannendes kann ich euch gar nicht zeigen ich kann mal gucken ob es überhaupt einen slash befehl für loggerhead gibt oder so ach nee das ist für lightheaded ok also vom letzten mal das addon loggerhead fragt euch in jedem dungeon oder raid den ihr betretet auf jeder schwierigkeit einmal nach möchtet ihr hierfür mitloggen möchtet ihr comet logs dafür anlegen wenn ihr ja sagt wird es anfangen mit zu loggen das ist dann nützlich und wichtig für euch wenn ihr diese logs irgendwo hochladen wollt denn ihr möchtet nach möglichkeit nicht von allem und überall logs haben sondern ich nehme mal an nur von den aktuellen raids oder überhaupt von raids nicht unbedingt von dungeons schon gar nicht von normal oder hc da anschließen das macht loggerhead ich glaube es gibt bestimmt auch irgendwelche anderen raid addons die das auch für euch machen ihr könnt natürlich auch manuell eurer euer combat logging immer an oder ausschalten aber loggerhead würde euch einmal fragen pro raid und raid schwierigkeit und dann dort die einstellung beibehalten und immer mitloggen wenn ihr zum beispiel anthoros auf normal hc oder mythic macht in diesem sinne tschüss sagt euer onkel balo